Seit 1902 wird der deutsche Fußballmeister der Männer unter dem Dachverband des DFB. Und von 1949 bis 1991 wurde zeitweise parallel dazu auch dieser unter dem Dachverband des DFV der DDR ausgespielt. Erster Titelträger wurde der VfB Leipzig. Erster Titelträger des DFV wurde die ZSG Heuch-Zweckau. Rekordhalter mit 26 Meisterschaften ist der FC Bayern München. Seit 1974 im Verlaufe mit wechselnden Modi, seit 1990 in einer zweigleisigen und ab 1997 in einer eingleisigen Bundesliga. Wird der deutsche Fußballmeister der Frauen ermittelt. Erster Titelträger war der TUS-Würstatt. Rekordhalter mit 12 Meisterschaften ist der 1. FFC-Turbine Potsdam. Seit Gründung der Frauenbundesliga im Jahr 1990 wurde der 1. FFC Frankfurt bereits siebenmal und damit am häufigsten deutscher Meister. Dem FC Bayern München gelang es als ersten Verein überhaupt, sowohl mit der Männer- als auch mit der Frauenmannschaft, die Saison 2014-15. als Meister zu beenden und darüber hinaus diesen Doppelerfolg auch am Saisonende 2015-16. zu wiederholen. Dem VfL Wolfsburg gelang dieser Doppelerfolg vor dem FC Bayern München. Allerdings in zwei unterschiedlichen Spielzeiten, 2009 Meisterschaft des Männerteams, 2013 Meisterschaft des Frauenteams. Austragungsmodus bei den Männern Der deutsche Fußballmeister der Männer wurde im DFB bis 1963 in einer Endrunde ermittelt. Die 1949 gegründete DDR spielte mit der Einführung der DDR-Oberliga von 1949 50. bis 1991 91. eigene Meister aus. Seit der Saison 1963-64 wird mit der Einführung der Bundesliga der deutsche Fußballmeister auch in der Bundesrepublik in einer landesweiten Liga ausgespielt. Die Vereine der ehemaligen DDR wurden 1991 in die Bundesliga integriert. Verlinkte Jahreszahlen führen in diesem Artikel meist zu Artikeln, welche die jeweilige DFB-Endrunde beschreiben. Die Meisterschaftshindrunde wurde bis 1933 im K.O.-System ausgetragen. Der Sieger jeder K.O.-Runde wurde in nur einem Spiel ermittelt, welches oft auf neutralem Platz angesetzt war. War auch nach Verlängerung keine Entscheidung gefallen, gab es ein Wiederholungsspiel, ebenfalls auf neutralem Boden. Der DFB hielt das Prinzip des neutralen Austragungsortes oft aus finanziellen Gründen nicht durch oder unterlief es durch Auswahl des Spielortes in unmittelbarer Nähe eines der Kontrahenten. Vielfach geschah dies mit Zustimmung der beteiligten Vereine. Aber schon bei der zweiten Endrunde 1904 führte ein solcher Verstoß gegen das Neutralitätsgebot nach Protesten ausgeschiedener Mannschaften zu einem Abbruch und zur Annullierung der Meisterschaft unmittelbar vor Austragung des Entspiels. Teilnahmeberechtigt waren die Meister der dem DFB angeschlossenen lokalen und regionalen Fußballverbände. Darunter einmalig auch ein deutscher Fußballverband im Ausland, nämlich der Verband der Prager Deutschen Fußballvereine, dessen Meister, der DFC Prag, 1903 sogar im Finale stand. Wegen der geringen Zahl der Mitgliedsverbände nahmen an der ersten deutschen Meisterschaft nur sechs Mannschaften teil. Die Teilnehmerzahl stieg ein Jahr später schon auf acht und 1905 auf elf Mannschaften an. Die rasch gestiegene Zahl der beigetretenen Verbände und insbesondere die großen sportlichen Leistungsunterschiede veranlassten den DFB 1906 zu einer Reform. Von nun an sollte die Endrunde jeweils mit acht Mannschaften ausgetragen werden. Diese Regelung galt bis 1924 und entsprach der Zahl der Mitgliedsverbände bis 1911. Zu den schon länger existierenden größeren Regionalverbänden Süd, Mitte, West, Berlin, waren inzwischen noch drei weitere hinzugekommen. Nord-, Südost- und Nordost- bzw. beiden Verband. Teilnahme berechtigt waren weiterhin nur die jeweiligen Regionalmeister sowie der amtierende deutsche Meister als Titelverteidiger. Eine Ausnahme bildete bis 1911 allerdings der Großraum Berlin, wo zwei, zeitweise sogar drei Fußballverbände miteinander rivalisierten. Daher durfte aus dieser Region neben dem Meister des spielstärksten Verbandes, des Verbandes Berliner Ballspielvereine, auch eine weitere Berlin-Brandenburgische Mannschaft als Vertreter der beiden anderen rivalisierenden Verbände teilnehmen. Erst 1911 kam es auf Druck des DFB zum Zusammenschluss der Berliner Verbände. Während des Ersten Weltkrieges war der Spielbetrieb unterbrochen. Eine Änderung gab es erst im Jahr 1925, als die Zahl der entrunden Teilnehmer auf 16 Mannschaften erhöht wurde. Die jeweiligen Regionalverbände durften jetzt zwei, Süd- und Westdeutschland sogar drei Mannschaften zur Endrunde schicken. Der Titelverteidiger war nicht mehr automatisch teilnahmeberechtigt. Der Pokalmodus wurde beibehalten. Bis 1933 wurden nicht nur die deutsche Meisterschaft, sondern mit gelegentlichen Ausnahmen auch die jeweiligen Regionalmeisterschaften in Form einer Endrunde ausgetragen. In den Regionen gab es meist eine hohe Zahl höchster Spielklassen. Die meisten gab es in der Region Mitte mit 20 bis 30 Ligen, deren Meister dann in einer Mammutendrunde den mitteldeutschen Meister ausspielten. Insgesamt gab es vor 1933 in Deutschland über 50 höchste Spielklassen. Die Machtübernahme der NSDAP führte zu einer umfassenden Reform des Spielbetriebs in Deutschland. Die großen traditionsreichen Regionalverbände wurden noch im Jahr 1933 zur Selbstauflösung gedrängt. Der Spielbetrieb wurde nun in 16 Fußballgaun organisiert, als höchste Spielklasse eine jeweils eingleisige Gauliga eingerichtet. Die 16 Gauligermeister waren für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft qualifiziert. Auch der Austragungsmodus der Meisterschaftsehntrunde wurde geändert. Die 16 Mannschaften spielten zunächst in vier vorrunden Gruppen in Hin- und Rückspielen die jeweiligen Gruppensieger aus, die im K.O.-System den deutschen Meister ermittelten. Diese Reform stellte einen enormen Konzentrationsprozess im deutschen Fußball dar. Bis 1938 blieb die Zahl der Gaulig konstant, dann erhöhte sich ihre Zahl zunächst durch die Angliederung neuer Territorien. Dann durch Aufteilung der Gaulig, da bedingt durch den Zweiten Weltkrieg lange Reisen zu Auswärtsspielen nicht mehr durchgeführt werden konnten. So gab es in Deutschland in der Saison 1942-43. insgesamt 29 Gaul und man kehrte bei der Endrunde 1941-42. wieder zum reinen Pokalmodus zurück. Die Saison 1944-45 wurde wegen des Zweiten Weltkriegs vorzeitig abgebrochen. Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich der Spielbetrieb zunächst in den jeweiligen Besatzungszonen, in denen man unterschiedlich schnell dazu überging, sogenannte Zonenmeisterschaften auszutragen. Amerikanische und französische Besatzungszone 1946-1948 Berlin 1946-1950 Britische Besatzungszone 1947-1948 sowie sowjetische Besatzungszone 1948-1949 So nahmen an der ersten deutschen Nachkriegsmeisterschaft die Vertreter der jeweiligen Besatzungszonen teil. Die westlichen Besatzungszonen stellten jeweils zwei und Berlin einen Vertreter und auch die sowjetische Besatzungszone sollte einen Vertreter stellen. Doch der SG Planitz wurde die Teilnahme verboten. Es war der für lange Zeit vorletzte Versuch, eine gesamtdeutsche Fußballmeisterschaft auszutragen. In den folgenden Jahren entwickelte sich der Meisterschaftsbetrieb in der DDR und in der Bundesrepublik unterschiedlich. Ab 1949 wurde in der DDR die landesweite Oberliga eingeführt. So wurde ab 1949 der jeweilige DDR-Meister im Ligaspielbetrieb ermittelt. Die Oberliga umfasste bei ihrem Start zunächst 14 Mannschaften, wurde bis zur Saison 1951, 52. bis auf 19 Vereine aufgestockt und anschließend bis zum Jahr 1954 wieder auf 14 Vereine reduziert. Seitdem spielte die Oberliga bis zu ihrer Auflösung nach der Wiedervereinigung im Jahr 1991 konstant mit 14 Mannschaften. In der Bundesrepublik Deutschland konnte sich der DFB zunächst nicht zu einer landesweit höchsten Spielklasse durchringen. Hier bestanden bis zur Gründung der Bundesliga 1963 anfangs sechs ab 1950 fünf Fußballoberligen. Bis 1950 wurde der deutsche Meister am Ende der Saison zwischen den qualifizierten Vereinen im Pokalmodus ermittelt. Ab 1951 wurde eine Vorrunde mit zwei Vierergruppen in Hin- und Rückspiel ausgetragen. Beide Gruppensieger bestritten das Finale um die deutsche Meisterschaft. Für die Vorrunde qualifiziert waren die fünf Oberliga-Meister. Die übrigen drei Startplätze wurden zwischen den vier Vizenmeistern in Qualifikationsspielen ermittelt. Von diesem Prinzip wurde in einigen Jahren abgewichen. Aufgrund der bevorstehenden Weltmeisterschaft 1954 wurde die Zahl der entrundenen Teilnehmer aus Termingründen auf sechs reduziert und in einer Einfachrunde ausgetragen 1957 unternahm der DFB den Versuch generell die Vorrundengruppen in einer Einfachrunde auszutragen, was sich aber nicht bewährte. Daher wurde die Austragung von Einfachrunden auf die Jahre der WM 1958 und WM 1962 beschränkt. Im Jahre 1963 fand auch die Bundesrepublik als letztes Land in Europa zu einem eingleisigen landesweiten Liga-Betrieb. Mit der Saison 1963-64 startete die Bundesliga mit 16 Vereinen. Schon zwei Jahre später wurde die Liga auf 18 Vereine aufgestockt. Dieser Umfang der Bundesliga hielt sich bis zur Wiedervereinigung. Seit der deutschen Einigung im Jahre 1990 wird wieder ein gesamtdeutscher Fußballmeister ermittelt. Die Bundesliga blieb erhalten, die beiden erstplatzierten Mannschaften der DDR-Oberliga, Oberliga Nordost wurden in die Bundesliga aufgenommen, die in der Saison 1991-92 mit 20 Vereinen spielte. Bereits ein Jahr später wurde die Liga allerdings wieder auf die vorherige und heute noch bestehende Anzahl von 18 Vereinen reduziert. Austragungsmodus bei den Frauen Der deutsche Fußballmeister der Frauen wurde bis 1990 in einer Meisterschaftszentrunde ausgespielt. Danach wurde der Meister nach Gründung der Bundesliga in einer landesweiten Liga ermittelt. Bei der ersten Endrunde um die deutsche Meisterschaft wurden die Meister der 16 Landesverbände in vier Gruppen zu je vier Mannschaften aufgeteilt. Die vier Mannschaften einer Gruppe spielten ein Miniturnier im Ligasystem aus. Die vier Gruppensieger ermittelten dann im K.O.-System den deutschen Meister. Das Halbfinale wurde in einem Spiel ausgetragen. Die 16 teilnehmenden Mannschaften wurden wieder in vier Gruppen eingeteilt. Allerdings wurde von Anfang an im K.O.-System mit Hin- und Rückspiel gespielt. Ab dem Halbfinale wurde wie 1974 der Meister ausgespielt. Von 1977 an wurde der deutsche Meister komplett im K.O.-System ausgespielt. Im Achtel-, Viertel- und Halbfinale gab es Hin- und Rückspiele. 1977, 1978 und 1979 wurde auch das Endspiel im Modus Hin- und Rückspiel ausgetragen. Danach wurde das Finale in einem Endspiel ausgespielt. 1985 wurde die Regionalliga West gegründet. Ein Jahr später zog der Norddeutsche Verband mit der Oberliga Nord nach. In beiden Ligen qualifizierten sich die jeweils bestplatzierten Mannschaften der einzelnen Landesverbände. Der DFB führte 1990 die Frauenbundesliga ein. Sie bestand zunächst aus zwei Gruppen mit je zehn Mannschaften. Im Zuge der Wiedervereinigung wurden beide Gruppen in der Saison 1991, 92. auf elf Mannschaften aufgestockt, aber im Jahr darauf wieder auf zehn reduziert. Die Gruppensieger und Zweiten erreichten das Halbfinale. Dort traf der Gruppensieger der Nordgruppe auf den Zweiten der Südgruppe und umgekehrt. Die Sieger aus Hin- und Rückspiel erreichten das Finale, welches in einem einzigen Endspiel ausgetragen wurde. Im Sommer 1997 wurde aus der zweigleisigen Bundesliga eine eingleisige Liga mit zwölf Mannschaften. Die Zahl der Mannschaften blieb bis heute unverändert, auch wenn immer wieder Diskussionen über eine Verkleinerung der Liga aufkommen. Bisherige deutsche Fußballmeister Siehe Liste der deutschen Fußballmeister Auszeichnung Zwischen 1903 und 1944 erhielt der deutsche Fußballmeister als Trophäe nach dem Endspiel die Viktoria. Seit 1949 wird als Auszeichnung am Ende der Saison die Meisterschale verliehen. Meistersterne Seit der Saison 2004-05 gibt die deutsche Fußballliga als Reaktion auf einen Aufdruck auf den Trikots des VfB Stuttgart den Vereinen die Möglichkeit, ihre Meisterschaftserfolge auf der Spielkleidung sichtbar zu machen. Dies erfolgt in Form von kleinen Sternen, deren Anzahl sich nach der Anzahl der in der Bundesliga errungenen Meisterschaften richtet. Ab drei Titeln ist man berechtigt, einen Stern zu tragen, zwei Sterne gibt es ab fünf Titeln, drei Sterne ab zehn Titeln und vier Sterne ab 20 Titeln. Dass diese DFL-Regelung nur für Meisterschaften in der Bundesrepublik Deutschland nach Einführung der Bundesliga 1963 gilt, wurde immer wieder kritisiert. Deshalb haben sich auch andere Anwendungsformen herausgebildet. Einzelverweise Es gab daneben eigene Fußballmeisterschaften der Deutschen Turnerschaft, des Arbeiter- und Sportbundes sowie konfessioneller Verbände. 1911 fusionierte der Verband Berliner Ballspielvereine mit dem Märkischen Fußballbund. Anders als oft zitiert, wurde das Reichsgebiet nicht in sieben Regionen eingeteilt. Diese Autorität besaß der DFB aufgrund seiner föderativen Struktur nicht. Er konnte lediglich versuchen, auf die kleineren Mitgliedsverbände einzuwirken, sich zu größeren Verbänden zusammenzufinden. Was in manchen Fällen Erfolg hatte. Brandenburg hatte eine zwei, zeitweise sogar eingleisige Liga, ebenso der Norden 1913 14. sowie 1920 21. Im Frühjahr 1950 führten Verhandlungen zwischen dem DFB und der Sparte Fußball des DS über eine gemeinsame Meisterschaft dazu, dass der DFB das Teilnehmerfeld auf 16 aufstockte, um drei DDR-Mannschaften die Teilnahme zu ermöglichen. Die Verhandlungen wurden jedoch ergebnislos abgebrochen. Das war's für heute.